Jetzt ne Geschichte, da bin ich jetzt, also das, von dem Thema weg, Chatroulette, ich hab ne ähnliche Geschichte für euch, passt auf, hört mir zu, unangenehm, aber mies Glück gehabt. Ich damals, 16 gewesen ungefähr, und damals, in meinen jungen Jahren, hat man noch Skype benutzt. Drei in Chat, wenn ihr wisst, was Skype ist, vier, wenn ihr zwölf seid. Skype, war der Shit damals, okay? Skype, gut, ihr kennt alle Skype, perfekt. Ich bin bestimmt nicht der Einzige gewesen, der damals, so mit 16, ja, Frauen kennengelernt hat, und geskypt hat mit denen. Eins, wer das auch gemacht hat, das war damals, war gut, ne gute Zeit. Man hat damals mit Frauen geskypt, ihr kennt's, ihr kennt's, jetzt passt auf, jetzt passt auf, ich Idiot. Ich mit einer geskypt, okay, und ich hab öfter mit der geskypt, ich war so cool mit der, ich fand die schon nice und so, aber ich hatte nichts mit der, und ja, ich fand die aber nice, okay, geskypt mit der. Und damals war das so, man hat, man hat voll lang geskypt, so drei, vier Stunden, Digga, und ich, und ich skype so mit der, und jeder hat halt so sein Ding gemacht, die hat irgendwo, ich hab irgendwas gezockt, und sie hat dann irgendwie was anderes am PC gemacht, also man war nicht immer auf dieser Skype-Seite, wo du die Cam siehst, okay? Was mach ich, Digga? Irgendwann vergessen, dass ich noch geskypt hab mit der. Irgendwann einfach vergessen, bin rausgeholt. Ich hab ihn rausgeholt, Shit. Ich hab ihn rausgeholt, und ich hab mein Ding durchgezogen. Und irgendwann, mittendrin, sagt die was. Irgendwann mittendrin, sagt die was. Und ich bin erschrocken, Digga. Ich dachte mir, Alter, in welchem Porno, in welchem Porno reden die auf einmal mit mir? Und dann hab ich den Tab unten gesehen. Skype noch offen. Direkt Hose hochgezogen, geguckt, und die hat's nicht gesehen, Shit. Die hat's nicht gesehen, die hat zum Glück, ich danke Gott, bis heute, nicht auf diese, äh, nicht auf Skype geklickt, und hat nicht gesehen, wie ich's mir da, also wie ich da, ja. Die hat's nicht gesehen, die hat's nicht gesehen. Bruder, das war, also wirklich, das war aufs Letzte Mal, dass mir sowas passiert ist. Ich hab danach immer, also doppelt gesaved, Shit. Doppelt gesaved, Digga. Das war lucky. Safe hat sie's gesehen? Nee, nee, sonst hätt ihr was gesagt, Shit. Oder, denkt ihr, sie hat's gesehen? Und ihr warst halt unangenehm und wollt ihr deswegen nichts sagen, Shit? Denkt ihr, die hat mich beobachtet, Bruder? Oh mein Gott. Alter, ist das unangenehm, Digga. Alter. POV, sie konnte nichts sehen. Kann auch gut sein, ja. Ja, kann auch gut sein. Ja, I don't know. Wem ist noch sowas ähnliches Mal passiert, seid ganz ehrlich? Wem ist noch sowas ähnliches Mal passiert im Leben, Digga? Ehrlich? Safe ein paar. Da bin ich nicht der Einzige, Shit. Da bin ich nicht der Einzige, Digga. Das war wirklich, ja, das war sehr unangenehm, Bruder. Das war sehr unangenehm. Da war ich noch jung. Da bin ich nicht der Einzige,